Hallo liebe Leute, willkommen zu einem besonderen Video. Zufallsgrunde. Ich habe meine Skins auf Zufall eingestellt. Die Seltenheit von Skins, die ich kriege, dessen Seltenheit von Waffen darf ich nur benutzen. Also wenn ich nur legendäre Skins kriege, dann darf ich nur legendäre Waffen nutzen. So einfach ist das und das ist ein großes Problem, wenn ich einen Haufen legendärer Skins habe und epische Verdammt. Möge der Bessere gewinnen, Leute. Wahrscheinlich werde ich kämpfen müssen, ein bisschen. Verdammt. Hei, hei, hei. Das wird schwierig. Aber ich habe meine Katze hinter mir. Ich war mit dem. Du stehst mir bei den harten Zeiten. Schüttel, schüttel, mach die. Okay, wünscht mir Glück, Leute. Oh, Halleluja. Oh, this is gonna be bad. This is gonna be so bad. Ich lande bei Lucky Landing. So weit wie möglich. Ich muss legendäre Waffen kriegen. Meine Hoffnungen sind... Ich darf... Heilung? Heilung ist egal, Leute. Heilung ist egal. Darf ich Verbände nehmen, Medikits, bla bla bla. Aber Waffen. Äh. Hei, hei, hei. Pickaxes darf ich nutzen auf jeden Fall. Also gut. Let's do this. I'm the Black Panther. I'm gonna teach everybody a lesson. They shall never forget. Oh, hell no. There is someone else here. Oh, oh. Das könnte ein Problem werden. Ich brauche eine legendäre Waffe. Verdammt. Nein. Nein. Komm schon. Legendären Raketenwerfer oder sowas. Come on. Come on. Give it to me. Nein. Oh, verdammt. Äh. Nichts. Verdammt. Okay. 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 Nicht in Panik geraten. Nicht in Panik geraten. Alles ist gut. Alles ist gut. Noch hat er dich nicht nochmal gesehen. Ich schätze mal, das darf ich nutzen. So viele Mets wie nur möglich. Ich brauche so viele Mets wie nur möglich. Verdammt. Verdammt. Jetzt muss ich schmiegen, 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 schmiegen. Verdammt. Verdammt. Gut, dass die Zone hier ist Das ändert aber nichts dran Dass ich kurz davor bin Meinen Hintern versuchen zu bekommen Meinen süßen kleinen Hintern Hier schaue ich meine Ich meine Whatever Nein, bist du nicht dein Ernst? Scheiße Das gibst du nicht Doch, bei Roland Leise Halt den Mund Oh, scheiße Hier war jemand in der Nähe Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Kommt schon irgendwas Irgendwas Aber nur keine Legendäre Sniper Eine legendäre Waffe Aber keine legendäre Sniper Du hast alles nur Nicht Sniper Bitte, bitte, bitte Verdammt Auch nichts Verdammt Airdrop Ich höre den Ich höre Airdrop Fallen und so Schätze ich mal Darf ich nutzen Weil es theoretisch Nicht wirklich Eine Waffe ist Das ist eine Schadensfalle Steht auch da ständig Oh, Gott Aha Okay, ich muss mal gucken Wo Hier dieser Airdrop Kommt Oh, Gott Airdrop 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 Wo Zum Hänker Bist du Verdammt 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 Wessen Idee war das nochmal Diese Challenge hier zu machen Ach so, warte Ich Ich habe diese Idee Oh, Gott sei Dank Bist du nicht legendär Das wird sich gut enden, Leute Ich brauche einen Airdrop Und zwar dringend Und zwar fest Eine legendäre Waffe Irgendwas Ich kann doch jetzt nicht Mit einem Geschützturm Anfang durch die Gegend rum Zu ballern Oh, ich bin immer dankbar Irgendeine Waffe Mit der ich nicht gut gehen kann Nicht legendär ist Okay, vorsichtig, vorsichtig Sch, 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 verratet mich nicht, Leute Das gibt's Das gibt's doch nicht Ey, 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 ey Ey, 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 Munition und alles gelootet wie die Sau, Junge, aber Wiesc, sch, 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 sch... Oh, ja Schon besser Super Jetzt noch der legendäre Pupp und ich hab so gut viel gewonnen. Warum bin ich nicht so weit dahin? Top 25 bin ich gleich. Ja, jetzt bin ich Top 25. Okay, da war schon jemand, aber hoffentlich hat er mal irgendwas. Warum machen die... Oh, hä? Ja, Moinsen, Leute! Halleluja, ich liebe dich. Ich liebe die Spiele. Beschützturm. Ja, damit... Ähm, ist da... Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Whoa. Was? Hier war doch was. Ich hab doch... Do you want to verarsch me, ha? Okay. Für den Rest der Runde sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht mir ein Flugzeug abgreifen möchte. Hab gehört, die sind ziemlich gut. vor allem, weil die keine Waffe sind, sondern ein Bewegungs... Fortbewegungsmittel. Ich habe jetzt grad mehr Glück, als ich verdiene, liebe Leute. Oh, oh, halleluja. Halt, 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 halt. Du bleibst. Schön hier. Besser die Maschinenpistole. Wenn einer von nahen kommt, dann... ...am effizientesten Maschinenpistole. Äh, sonst nichts hier. Für jeden Fall, dass ich noch eine Pump finde. Große Hoffnung legt er drauf. Ja, du willst mich komplett rollen. Hier ist kein Flugzeug. Haha, du mich auch. Tschüss. Ne, wiedersehen. Das war's. Ihr seht mich nie wieder. Wahrscheinlich schon, denn irgendwann muss ich jetzt dann wieder auch herkommen. Äh, verdammt. Aber wer weiß. Vielleicht möchte das Schicksal, dass ich ja hier herkomme und dann hier eine legendäre Pumpbox finde. Nix. Ihr müsst hier alles koordiniert durchgehen. Ähm, ich renn mal hier hin und pass ich da überhaupt rein. Miau. Haha. Miau. 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 Oh. Bethlehem. Äh. Wenn dann jemand ist und mit jemandem dabei ist, mit jemandem zu köpfen, dann warte ich lieber mal. Ich hab diesen Schritt gehört. Oh mein Gott. Das ist der Transformmeister, den nehmt euch von mir in a... Ja. 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 Das ist der Transformmeister, den nehmt euch von mir in a... Ja. 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 Meister, den. So wird das hier gemacht. Okay. Full Shield. Mission Full Shield. Hat begonnen. Oh, verdammt. Ich muss mich schon hier verziehen und zwar schnelle. Die nächsten sind bestimmt schon auf dem Weg. Uh oh. Das geht nicht gut. Ich wette, der Kerl hat es gar nicht erwartet. Das ist doch... Das war doch eine Season 3 Skin, oder? Oh. Oh oh. Ah. Warte mal. Das kann ich doch einfach hier drauf. Ha. Du bist aber eine etwas bittere... Okay. Jetzt muss ich mal immer meinen Sortierungsplan mal genauer durchdecken. Was? Ich hab's... Ach, egal. Wenn ich noch ein Biggie finde, dann werde ich einen meiner Biggies opfern, um Full Shield zu haben. Ähm. Wow. Ähm. Einmal zu hastig gestrickt und schon passiert so was. Supi. Noch sieben Leute. Hey. Vielleicht klappt's sogar. Wait a second. What? Wah. No way. Oh. Falscher Raum. Mal. Ah. 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 An Munition mangelt es nicht, keine Frage, aber an Waffen. Ich bin da hier eine epische Prank nach der anderen, verdammte Scheiße. Was ist das? Ich zerstöre einfach aus Gewohnheit an die Dinger. Ich bin es nicht gewohnt, volle Materialien zu haben. Hey, vier weitere Leute nur noch. Mit viel, viel Glück hole ich den epischen Leute und dann habe ich echt eine Auszeichnung verdient. Okay. Die Panik soll nicht herrschen. Die Panik soll nicht herrschen. Oh, dachte schon. Okay. Nein. Okay, okay. Ja, miau. Der Push kam wie gerufen. Ja, das hat niemand gesehen. Das sind zwei. Wo sind die letzten zwei, ist die Frage. Wenn da nicht der Baum im Weg wäre. Oh, es sind nur noch drei. Wo ist der letzte, ist jetzt hier die Frage. Ich lasse die auskämpfen, Leute. Ich gehe kein Risiko ein. Könnt ihr vergessen. Haha. Nope. Ah, ne, warte. Okay. Ach, Mama, ich bin nervös. Mama! 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 Oh, der baut sich da hoch. Oh Gott, der holt sich da in den High Ground. Nächster Busch. Busch ist das Freund der Katze. Gibt schön Gras. Was habe ich da gerade gesagt? Oh, yes. Yes, boys. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Nix. Hey. Oh, ich bin beinahe hingefallen. Oh Gott, nein. Oh, oh. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Bitte. Es sind nur noch zwei. Haha. Ich gehe das Risiko ein, dass er mich hört. Ich gehe das Risiko ein. Ich will nur nicht, dass er mich runterschießt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ich glaube, er hat den letzten Typen gefunden. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich bin super nervös, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Boah, bloß nicht auf die Reifen. Okay, okay. Ja, ja. Just let it fight. Just let it fight it out. Just fight it out. No problem. Hmm. Wer ist jetzt drauf gegangen? Verdammt, der geht zum Nächsten. Eins ist klar. Ich werde dafür versuchen, dass er mich... Versuchen, dass er mich ja nicht sieht. Ich werde dafür versuchen, dass er mich nicht sieht. Oh Oh Halleluja Halleluja Das ist der Tanz vom Meister Den nehmt euch von mir In a Ja 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 Meister So wird das hier gemacht Das ist der Tanz vom Meister Den nehmt euch von mir In a Ja 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 Meister So wird das hier gemacht Ja ja ich hab ne Auszeichnung verdient Nur legendäre Waffen Ihhh Klar Ich wette das damit nicht gerechnet Dass ich den nicht sehe und runterschieße Oh Verdammt Nein Nein Ohohohohoho Alter Schwede Leute Falls euch das Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Abonniert diesen Kanal Und aktiviert die Glocke Ihr helft mir damit Immenz weiter Und dann fehlt mich Mich euren Freunden weiter Auch noch Was heißt der Empfehler ist aufgetreten Das hat alles gespeichert Aber oder Ja natürlich Bei mir hat's aufgenommen Super Leute Ich brauch jetzt ne Pause Ich geh meine Katzknudel Junior Gleich bist du fällig Oh scheiße Also Leute Ich bemeister die Mystery Mysterium Und sage Tschüss Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal